Grüße Leute, ja, was soll ich sagen, Infovideo für euch, Wahnsinn, wir haben ja am Donnerstag 20 Uhr die Brilliant Shine Detailer Aktion gestartet, für einen unglaublichen Hammerpreis, also deswegen ist es auch nur zeitlich begrenzt, weil es danach glaube ich nicht mehr vorkommen wird, es mussten ultra viele Hebel bewegt werden, damit das zustande kommt und deswegen bin ich echt, ja, ihr merkt schon, ich bekomme nicht mal die Worte raus, es ist unheimlich, was für eine Resonanz da gekommen ist, ganz einfach erklärt, ihr habt das Lager, was wir vorbereitet hatten, komplett leer gekauft und das war schon sehr großzügig gerechnet. Deswegen ist es jetzt so, ab diesem Video jetzt, wenn ihr jetzt bestellt, dann dauert der Versand auf jeden Fall noch einen Tick länger, weil Sonax noch nachproduzieren muss, weil das halt so heftig ist, Leute, weil es muss ja, wie gesagt, der 5 Liter Kanister produziert werden und die Flaschen und ihr habt halt einfach so viel da zugeschlagen, dass es einfach nichts mehr jetzt auf Lager war und deswegen muss nachproduziert werden und deswegen Angebot bleibt so, wie es ist, 39,95, also knapp 40 Euro für die 6,5 Liter, könnt ihr gern mit Familie und Freunde teilen, aber Versandzeit dauert etwas länger, weil halt noch nachproduziert werden muss, dann muss das zum Lager geschickt werden und dann kommt das zu euch nach Hause, also funktioniert, ihr bekommt auch alle eure bestellte Ware, nur es dauert halt wirklich etwas länger. Es wird so circa Ende August, weil ungefähr um den 20., 22. wird dann nochmal hier die Produktion angeworfen dafür und danach geht es ins Lager und danach geht es zu euch dann nach Hause. Also Ende August kommen dann auf jeden Fall eure Lieferungen, ist ja jetzt hoffentlich nicht so schlimm, weil ich glaube, keiner von euch hat jetzt das ganze Jahr auf 6,5 Liter Brillant Shine Detail gewartet. Also alle, die bestellen, kein Problem, Ware kommt, aber wie gesagt, erst dann Ende August. Also könnt ihr euch schon ein bisschen freuen. Vorfreude ist die schönste Freude, ich wollte euch nur die Info geben, nicht, dass euch dann wundert, warum nach zwei, drei Tagen noch nichts kommt, einfach die wichtige Info für euch, also Ende August kommt das dann, weil echt erstmal nachproduziert werden muss. Vielleicht, Leute, haben wir die Chance, dass das irgendwann mal wiederkommt, aber ich glaube es halt einfach nicht. Wir haben sehen, ich bin da keine guten Dinge, weil es halt einfach eine mega krasse Aktion war. Also ab jetzt, wenn ihr jetzt bestellt, Ende August kommt dann circa eure 6,5 Liter, Leute. Vielen, vielen Dank, vielen Dank für die positive Resonanz. Vielen, vielen Dank auch für die vielen, vielen Dankesgrüße bei Instagram, bei Facebook und Leute, Wahnsinn, das hat niemand erwartet, niemand hat das erwartet. Bis zum nächsten Mal, Leute, ihr wisst Bescheid, bis zum nächsten Video. Ciao.